Habt ihr es begriffen? Die Übung dient nicht dazu, dass eine von euch gewinnt. Um Teamwork geht es. Gleich viel erleben von Gewinnen und Verlusten. Wenn ihr aufhört mit dem Kampf gegeneinander, ja, gewinnt ihr beide. Verstanden? Bereit? Und los! Au! Was soll der Scheiß? Okay. Ich war eben noch nicht bereit. Ist du soweit? Ja. Ja? Gut. Au! Wieso bist du nur so stark? Ich hab vier Kinder und mach Pilates. Wow! Beeindruckend, Mallory. Gut gemacht. Du sagtest, das wär kein Wettkampf. Ist es nicht. Aber Mallory hat geworben. Ich mein, das sind Stahlseile, keine Muskeln. Bin ich hier bei versteckte Kamera, oder wie das heißt? Bis zum nächsten Mal.